Es geht live weiter in der stärksten Liga der Welt. Der TPV Lemko empfängt die Rhein-Neckar Löwen. Abstiegskampf trifft Meisterschaftsrennen. Für beide Teams ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel. Ein Punktverlust könnte die Löwen schon den Titel kosten und Lemko braucht jeden Punkt gegen den Abstieg. Es geht um alles in der DKB Handball Bundesliga. Heute ab 20.10 Uhr live auf SPORT.EINS